So, wieder ein Video von HyperBowl, Frage ein Neonazi. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich hatte einen Laden in Berlin, der auch Nazi-Rock und T-Shirts verkauft hat. Und einer der Kameraden ist dann mit zwei anderen bei mir zu Hause eingebrochen und wollte mich um 10.000 Euro erpressen. Ich habe dann im Schlafzimmer nach meiner damaligen Pumpgun gegriffen und habe dann im Haus auch auf die geschossen. Machen wir mal kurz den Pumpgun ausholen. Die Frage ist halt so, Pumpgun hin oder her. Stellt euch mal vor, er hat die jetzt getroffen, hat mal kurz so zwei Menschen umgebracht. Dann wäre ein richtiger Marsch gewesen. Mein Name ist Philipp. Ich bin 41 Jahre alt. Früher war ich ein bekannter Neonazi. Haste Schwarze, Juden, Moslems und alles Fremde. Heute weiß ich, dass ich falsch schlag. Auch heftig, ne? Ja, die Frage ist so, der Wandel, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hoffe, da geht er gleich mit. Hallo Philipp. Noah, 27, möchte von dir wissen, warum bist du Neonazi geworden? Ich komme aus gut behüteten Verhältnissen, gut bürgerlich aufgewachsen. Ich bin ausgewandert, als ich zehn Jahre alt war mit meinen Eltern, mit 13 zurück. Ich habe dann nicht so gut wieder Anschluss gefunden in der Schule, häufiger Schulwechsel. Ich habe mich viel mit meinen Eltern gestritten. Und ich hatte richtig Stress zu Hause. Ich gehörte nicht dazu. Ich hatte kaum Freunde. Und ich habe auch danach gesucht, irgendwie Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Und ich habe dann sowas wie eine Art Ersatzfamilie gesucht. Und die habe ich dann leider relativ schnell im Bereich der Neonazis gefunden. Ja, das ist halt so meistens das Typische, auch so in der Rocker-Szene, bla bla bla. Wenn Leute so keine richtige Familie haben, keine richtigen Freunde, wo der Zusammenhalt da ist und so. Und sowas wünscht man sich ja irgendwie. Eine Familie, Menschen, die hinter einem stehen. Ja, und dann ist das meistens immer, ich sag mal jetzt, ein negativer Verein, wo die meisten den Anschluss finden. Trevor D. fragt sich, wie bist du in den Neonaziszenen abgerutscht? Abgerutscht fühlte sich das damals nicht an, sondern wirklich, ich wollte dazugehören. Es war so, dass ich in Kontakt gekommen bin mit anderen Jugendlichen, die auch wütend waren. Und wir wollten unserer Wut irgendwie einen Ausdruck verleihen. Und dann bin ich relativ schnell in Kontakt gekommen mit Musik, mit dem sogenannten Rechtsrock. Und dieser Rechtsrock hat mir ganz viele tolle Botschaften erstmal mitgegeben, dass ich was Besonderes bin. Ich kann mich noch erinnern, Leute, als ich von Willemsburg nach Kutenholz gezogen bin, das war in Stadel, alles richtig dörflich. Da bin ich in Fredenbeck zur Schule gegangen. Und da hast du relativ aufgefallen, so als erstes so auf dem Land, auf dem Dorf, wie die Menschen komplett anders ticken. Und da habe ich dann auch gemerkt, das war bei einigen Schülern voll so Trend, auf Klassenfahrt, weiß ich noch bis heute, haben die denn so Nazimusik gehört? Ich bin dann so im Raum, so, da einer auf dem Bett, ich weiß noch, wie er heißt, Wladimir, das war ein Russe. Da habe ich sowieso gewonnen. Und dann denke ich, du bist selber auswählender Russe, wieso hörst du so eine Musik so, und so richtig so eine Rechtsmusik war, weiß ich noch ganz genau. Und dann haben die auch da, im Lied war dann auch so dieser Hitlergruß und so, und ich denke, was ist hier los, Alter? Und dann singen die da so, ey, ey, und ich bin dann irgendwann rausgegangen, ich dachte mir, Alter, das ist nicht doch ganz dicht. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, ich könnte schwören, so damals, da war ich zwölf, dreizehn, zwölf müsste das gewesen sein, dreizehn, irgendwie so, ja. Waren die sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, was es da alles überhaupt ist im Lied, ey. So, wisst ihr, was ich meine? Und so kannst du dann früher richtig, also im frühen Alter eklig reinrutschen. Du bist dann in der Gruppe, stell dir mal vor, ich wäre so, hätte ja auch machen können, ey, ich bin jetzt der aus der Stadt, so, kenne die Leute noch nicht. Ah, ich will dazugehören, ey, sing mit auf, mach auf dumm, weißt du, und trink mein Bier noch mit am besten, so. Und so rutschst du ganz schnell rein. Ich habe erstmal mitgegeben, dass ich was Besonderes bin, dass ich stolz auf mein Land sein soll, dass ich stolz auf mich sein kann. Und dann haben wir uns als Gruppe zusammengefunden und dann haben wir uns auch innerhalb dieser Gruppe zusammen radikalisiert, und bin so sehr, sehr schnell, sehr tief in die Neonazi-Szene gekommen. Haben euch alte Männer rekrutiert? Nachdem sich dann rumgesprochen hatte, dass es hier viele junge Leute gibt, die sich gerade so für Rechtsrock interessieren, sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, kommt doch mal zu unserem NPD-Stammtisch, kommt doch mal zu unserem Treffen, kommt doch mal mit zur Demonstration. Und so wurden wir immer weiter in... NPD-Stammtisch, Alter. ...diese Gruppen reingezogen. Naomi K. möchte von dir wissen, gab es sowas wie ein Aufnahmeritual? Viele der Gruppen schaffen sich eigene Rituale. Zum Beispiel, dass man sich ein Jahr bewerben muss. Man muss Dienste machen für die Kameradschaft, muss sich beweisen, dass man an die Ziele des Nationalsozialismus glaubt. All sowas habe ich auch gemacht. Oft sehr spielerisch. Und wir haben den Ernst dahinter völlig vergessen, dass wir zum Beispiel oder ich einen Schwur auf die Hakenkreuzfahne damals abgelegt habe. Es ist ein Ritual, vor allen anderen steht man, die Fahne hängt und man schwört wie damals. Da gibt es alte Bilder aus dem Dritten Reich, wie auch Adolf Hitler die Fahne zu den einzelnen Standartenträgern weitergegeben hat. Und sowas haben wir sozusagen nachgestellt, um im Geiste der damaligen Soldaten von 1939 bis 1945 das nachzuleben sozusagen. Wie alt warst du da? Bei diesem Schwur war ich vielleicht 16, 17. Das wurde auch öfter immer wieder mal gemacht. Das ist halt so das Alter, dann sogar noch davor, das ist eklig. Neun Gruppen, immer wieder gehören diese treue Schwüre dazu, weil sie die Gruppe zusammenhalten. Sula fragt sich, hast du Nazi-Tattoos? Das war ich mir auch gleich als erstes gefragt, wo ich ihn so gesehen habe. Er hätte seinen Ausschnitt hier bis zum Bauch schon fast gefühlt. Sula, ich habe eine Menge Nazi-Tattoos. Ich habe verbotene Tattoos, die ich auch habe überstechen lassen. Ich hatte hier zum Beispiel in der Mitte von meiner Brust ein Hakenkreuz, das ich dann übergestochen habe, ausgeschwärzt habe. Ich hatte mir Symbole der Waffen-SS, verbotene germanische Symbole habe ich mir tätowieren lassen. Aber ich habe auch noch Symbole jetzt auf meinem Körper, die zwar nicht verboten sind, aber noch eindeutig rechts sind. Ich versuche nach und nach, die alle überstechen zu lassen, aber das ist auch ein sehr langer und sehr kostenintensiver und schmerzhafter Prozess. Und deswegen geht meine Botschaft auch daraus, zweimal denken, einmal stechen. Jette Haag interessiert, warum immer Tattoos und Glatze? Also moderne Rechtsextreme machen das nicht mehr. Die sind teilweise, wollen die sehr hip sein. Man spricht da ja auch von Nazi-Hipstern. Zu meiner Zeit der Radikalisierung gehörte so das dazu, dass da schwappte das Skinhead-Dasein, Boneheads. Nicht alle Skinheads sind rechts, aber ich habe mich als rechter Skinhead bezeichnet. Und es kam aus England rüber, da gehörte das dazu, dass man als Teil der Arbeiterklasse, Working Class, dass man sich Tattoos macht, dass man vielleicht Hemden mit Hosenträgern trägt, Stiefel aus dieser Arbeitswelt, Working Class. Aber es gibt gerade einen Wandel, dass Rechtsextreme sich mehr verstecken, um gesellschaftlich mehr anzukommen. Magmarock fragt sich, waren deine Eltern noch? Es gab wirklich mal den einen oder anderen schon länger her, weil ich habe ja auch eine Glatze. Bist du Nazi? Da würde ich mir manchmal denken... Nazis? Nein, meine Eltern sind keine Neonazis und waren auch nie Neonazis. Aber ich, ich habe meine Eltern abgelehnt. Meine Eltern waren in jungen Jahren meine Feindbilder und ich wollte nicht so sein wie meine Eltern. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mich aus der Gesellschaft und aus der Demokratie zurückzuziehen, um auch gegen meine Eltern zu rebellieren. Also meine Eltern waren ganz klar keine Neonazis. Hatten deine Eltern Angst vor dir? Ja, meine Eltern haben mir erst 20 Jahre später gestanden, dass sie schon in jungen Jahren sehr viel Angst hatten. Beispielsweise auch meine Schwester hatte mir dann gesagt, dass sie möglichst schnell ihr Abitur machen wollte, um zu Hause auszuziehen, um von mir wegzukommen, weil sie so sehr Angst vor mir hatte. Ich habe gedacht, dass diese Menschen in diesem Land hier nichts zu suchen haben. Dass dieses Land den Menschen gehört, die hier sozusagen aus meiner Sicht seit tausenden Jahren die Wälder, Täler und Berge bewohnen. Und dass sie hier alles verändern zum Negativen, dass sie nichts Gutes mitbringen. Und deswegen habe ich alles und jeden gehasst, der hier war, der nicht in mein Bild passte. Und ich war auch bereit, körperlich gegen die vorzugehen, also Gewalt anzuwenden, um sie aus diesem Land wieder zu vertreiben. Das musst du dir mal reinziehen. Einfach mal so, weil er nicht deutsch ist. Dem muss ich jetzt auf die Fresse hauen. Der gehört hier nicht zu. Also das auch erst mal in seinen eigenen Kopf zu programmieren und einpflanzen, das ist das Stimmste, was du machen kannst. Wen hast du besonders gehasst? Da kann ich schwer eine Abstufung machen, denn in ganz jungen Jahren wurde ich so radikal, dass ich fast alles gehasst habe. Von dem Kommunalpolitiker, Bürgermeister bis hin zu USA, Antisemitismus, Juden, Moslems, Dunkelhäutige. Ich habe einfach alles und jeden gehasst. Jeder, der nicht in mein Bild passte, der war direkt Todfeind. FXX fragt sich. Möchtest du euch reinziehen? Todfeind. War Hitler dein Vorbild? Es gehörte zum guten Ton, sich zumindest auszukennen im Dritten Reich von 1933 bis 1945 und auch mal meinen Kampf gelesen zu haben. Es gab viele Dinge, auf die wir uns bezogen haben und es gab doch eine längere Zeit, wo Adolf Hitler und seine Schergen meine Vorbilder waren leider. Daniel Aust möchte wissen, was dachtest du über den Holocaust? Es gehört dazu, den Holocaust zu leugnen, aber eigentlich wusste ich innerlich, das war zu groß, dass das Fake ist, dass das gestellt wurde von den Alliierten. Ich habe also geleugnet aufgrund der Gruppe, aber ich war eigentlich sicher, dass es denen gegeben hat. Aber das habe ich ausgeblendet und habe gesagt, na gut, das war eine üble Sache, die die Nazis gemacht haben, zu denen ich mich zugehörig fühle. Aber wir müssen über das ganze Positive aussprechen. Das hat man dann so verdrängt und ausgeblendet. Hattest du nie Zweifel an eurer Ideologie? Nein. Man umgibt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit Menschen, die nur noch so denken. Man ist in einer festen Gruppe und man darf gar nicht... Das ist einfach unter so einer Glasglocke, ey. Außerhalb dieser Box denken. Ich war hundertprozentig überzeugt. Donald Tu möchte wissen. Man muss ja jetzt aber auch sagen, es ist ja auch einerseits toll, dass er den Wandel gemacht hat, oder geschafft hat, wie auch immer, und dass er heute anders denkt. Und sich dann trotz allem noch vor die Kamera stellt hier. Also, das ist auch nicht mal eben so gemacht, glaube ich. Du bist Mitglied in einer rechten Partei. Ich war Mitglied in mehreren rechten Parteien, aber habe nachher für mich entschlossen, über Parteien wird es nicht funktionieren und wäre dann eher lieber in den bewaffneten Widerstand gegangen. Nachdem ich keine richtige Heimat im Parteileben gefunden habe, habe ich mich immer mehr auf die Rechtsrockmusik konzentriert. Ich habe dann auch angefangen, einen Internetshop zu eröffnen. Ich habe einen Laden eröffnet. Ich habe eine rechte Kameradschaft gegründet. Werwolf Wismar hieß sie damals. Und bin dann zu einer sogenannten Szenegröße aufgestiegen und habe auch sehr viel Geld mit dieser Szene verdient, dass nicht nur ich drin war, sondern ich habe auch angefangen, immer mehr neue Leute reinzuziehen. Zündspulenzar möchte von dir wissen, wie muss man sich ein Rechtsrockfestival vorstellen? Die Musik wird genutzt, um alle möglichen Menschen zusammenzubringen, aus ganz Europa teilweise, aber speziell natürlich aus Deutschland, wenn sie dort stattfinden, um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, einen tollen Moment auch, um zu zeigen, okay, wir sind viele und wir können was bewegen und wir kriegen Aufmerksamkeit, Presse, Medien kommen und so weiter, die Polizei kommen, es gibt Demonstrationen, das macht alle stark, es schweißt sie als Gruppe zusammen und es dient natürlich der Vernetzung, um Pläne auch zu machen für die Zukunft und deswegen stellen sie auch so eine große Gefahr dar. Rechtsmusik, wie gesagt, ich habe ja damals, als ich in Kuttenholz gewohnt habe, auf Klassefahrt, dieses eine Lied gehört, seitdem habe ich nie wieder sowas gehört. Textmäßig weiß ich auch gar nicht mehr, was stattgefunden hat, ich kann mich nur noch an den Gruß erinnern, wo ich dachte, Alter, ich muss hier raus. Wie ist es heute? Was kommen da für Texte denn eigentlich vor? Sind das richtig so, ja, halt Texte, wo darüber gesprochen wird, wie sie die Ausländer hassen und was sie mit denen machen wollen würden oder was? Ich müsste mal so da mal reinhören, Alter, so privat für mich mal analysieren, was da los ist. Wird doch der Hitlergruß gezeigt? Der Hitlergruß wird teilweise gezeigt, das hat auch damit zu tun, wenn der Alkoholpegel steigt, dass viele dann auch sagen, ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich eine Straftat begehe. Und wir müssen natürlich unterscheiden, es gibt die verborgenen, es gibt die geheimen Konzerte, ja, also wo was angemietet wird und dann wird gesagt, wir feiern hier eigentlich eine Hochzeit und auf einmal schlagen 300 Neonazis auf, die dann dort mit Musikinstrumenten stehen und da eine Party machen wollen. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein großes Grundstück, da kommt jemand Zeug und sagt, ja, wir wollen hier so ein kleines Festival machen, Rockmusik und hier werden ein paar hundert Leute kommen, da würden wir gerne mieten wollen übers Wochenende. Ja, ja, okay, da haben wir frei, ist kein Problem. Und dann geht's los, Leute. Stellt euch mal das vor. Du bist der Grundstückbesitzer und dann fährst man so dran vorbei, so zu, warum auch immer. Und alle da rechte Hand nach oben und denkst dir, Digga, was ist hier los? Ich glaube, das muss richtig übel sein. Und die Polizei kommt nicht schnell genug ran und dann fühlen sich alle dort frei, dort zu machen, was sie wollen. Aber es gibt auch angemeldete Konzerte und dort wird darauf geachtet, dass sie diese Sachen nicht machen. Wisu030 fragt sich, was für Pläne habt ihr bei euren Neonazitreffen gespielt? Es geht immer um Großmachtfantasien, ja. Es geht immer um Macht, es geht um Politik. Wir wollten einen nationalsozialistischen Staat einrichten, eine völkische Gemeinschaft, ARIA, die in Frieden und Wohlstand leben. Das war so der ultimative Traum, obwohl die meisten wussten, das ist absolut unrealistisch. Aber das war das große Ziel, auf das hinausgearbeitet wurde, ja. Habt ihr Gewalttaten vorbereitet? Wir haben Gewalttaten vorbereitet. Wir haben uns auch vorbereitet auf den sogenannten Bürgerkrieg auf Tag X. Aber wir haben auch Anschläge gegen Gebäude und auch gegen Menschen geplant. Besonders natürlich aus der Linksextremen, aus der linken Szene oder auch gegen Politiker und auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Melle möchte von dir wissen, was ist das Schlimmste, das du jemals getan hast? Ich kann da keine Abstufung machen. Ich habe auf jeden Fall sehr vielen Menschen sehr viel Leid gemacht. Wir zum Beispiel waren auf dem Weg zum Club 88, Club Heil Hitler, in Schleswig-Holstein, den es damals gab. Auf dem Rückweg haben wir auf den Straßenseit, da haben wir drei, vier Punker gesehen und haben gesagt, okay, die greifen wir jetzt an, die wollen wir jetzt zusammenschlagen, sind angehalten und sind auf die losgelaufen und haben auf die eingeprügelt. Es kam ein Messer zum Einsatz und nachdem wir dann geflüchtet sind, nachdem wir die angegriffen haben, war es kurz davor, dass wir die mit dem Auto dann noch überfahren wollten, bis jemand dann ins Lenkrad gerissen hat und wir Gott sei Dank die nicht überfahren haben. Wie dämlich, was für einen dämlichen, dummen, bescheuerten Wahn da sein muss, um sowas durchzuführen, ey. Komm, wir hauen die jetzt um. Noch mal kurz abstechen nebenbei. Nur Menschenleben hat zu dem Zeitpunkt für uns keinen Wert gehabt. Habt ihr auch Ausländer angegriffen? Wenn genug Alkohol und Gruppe im Spiel war, dann haben wir auch Menschen natürlich mit anderer Hautfarbe angegriffen, ja. Ja, wenn genug Gruppe da war, alter. Alter. Hattest du überhaupt keine Gewissensbisse? Ich habe mich bei vielen Opfern entschuldigt und die meisten haben es angenommen. Das tat mir sehr gut und ich war sehr, sehr glücklich, dass es den Opfern danach auch besser ging. Aber ich hatte besonders in jungen Jahren überhaupt keine Gewissensbisse. Das hat man auch völlig verdrängt. Ich war ja auch der Meinung, ich bin der Gute und ich kämpfe für was Gutes und dann darf ich das tun. Und da hatte ich absolut keine Zweifel und keine Gewissensbisse. Yves möchte von dir wissen, hast du eine Waffe? Ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr viele Waffen. Es hat angefangen mit einem Messer in die Schule, Schlagring, Totschläger, bis, dass ich mir dann eine scharfe Kalaschnikow gekauft habe, eine AK-47, wo ich 18 war und habe dann mit Sprengstoff, Handgranaten romantiert, Pumpgans. Ich hatte mein Leben lang immer Waffen, die immer für mich dazugehörten, um vorbereitet zu sein, wenn Tag X ist. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt auch immer wieder gegen diese bewaffneten Strukturen vorgegangen wird, weil ich selber ein Teil davon war und weiß, wie gefährlich sie sind. Jens Rücker fragt, gibt es wirklich so etwas wie eine schwarze Liste? Wir hatten keine Listen, aber wir hatten natürlich bekannte Feinde, die immer wieder uns auch unter Druck gesetzt haben, von der Polizei bis hin zur Stadt oder Staat, Staatsanwaltschaft, Richter und so weiter. An die hätte man sich dann schon erinnert, wenn man an die Macht gekommen wäre. Aber eine sogenannte Liste haben wir nicht erstellt. Visual Kabum fragt sich, hättest du für deine Ideologie auch getötet? Ja, ich hätte für meine Ideologie getötet, besonders als junger Mann mit 17, 18, 19, 20 habe ich mir Bürgerkrieg herbeigesehen. Ich habe mir einen großen Krieg herbeigesehen. Ich hatte dann sowas gesagt, immer wie jede Generation braucht seinen Krieg und ich möchte in diesen Krieg ziehen und möchte mich bewähren. Ich möchte auch meine Familie und auch die Kameraden stolz machen. Das hatte sich später dann geändert. Aber ja, ich wäre bereit gewesen. Überleg mal. Ich stelle mir gerade vor, ich war ja damals so mit 17 und so weiter so voll in meinem Kampfsport waren. Kampfsport waren heiß. Ich habe immer ans Kämpfen gedacht, aber immer an das Gute geglaubt. Das heißt, ich wollte immer die beschützen, die schwach waren. Und wenn man mich angreift, dann werde ich mich bis auf Übelste verteidigen. Und so. Das war so, so früher, wenn man jung ist, verankert man sich an was. Man glaubt ganz doll an was. Und wenn ich mir reinziehe, an was er in dem Alter geglaubt hat, wo ich über meinen Kampfsport war, wo ich an das Gute, an Kampfsport und Ehrenkodex gedacht habe, ging er voll in die ganz andere Richtung und denkt an Krieg, Ausländer töten, umbringen und verhauen. Und hast du nicht gesehen? Und wie er denn da damals als Jugendlicher schon daran geglaubt hat, an diese Ideologie? Das ist, das ist krass. Tyler Durden möchte von dir wissen, warum bist du ausgestiegen? Es gab relativ schnell die ganzen Enttäuschungen, viele kleine Enttäuschungen. Luke betrug Gewalt untereinander und es ist dann auch zu schweren Gewalttaten untereinander gekommen. Zum Beispiel die Kameradschaft, die ich gegründet hatte, Kameradschaft Behrwolf, die haben beispielsweise jemanden totgeschlagen. Es war Wut, es war Alkohol im Spiel. Diese grundaggressive Haltung, die man hatte, so als Neonazi. Und dann gab es Streit um eine Kleinigkeit, die keiner nachher nachvollziehen konnte. Und dann haben die den gemeinschaftlich totgeschlagen und mit einem Messer abgestochen. Und da wollte ich kein Teil von sein. Und bin dann aus dem Bereich des Rechtsextremismus Neonazi bin ich raus und habe mich dann einem Rockerclub angeschlossen, auch einem Rockerclub gegründet und habe dort Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt und habe gesehen, okay, das sind Typen genauso wie ich und da so fand meine interkulturelle Eröffnung statt. XENXMY fragt, was sagen die alten Neonazis zu deiner Wandlung? Für meine alten Kameraden oder Weggefährten bin ich heute ein Lappen, ein Verräter, ein Weichei. Ich bin die Spreu, die sich vom Weizen getrennt hat und alle möglichen Beleidigungen kommen mir entgegen und ich verstehe deren Wut auch, weil ich habe ja deren Lebenswelt verlassen, in der sie noch gerade drin sind und sie müssen sagen, dass ich schwach bin und damit sie die Starken sind, aber ich versuche sie immer wieder zu motivieren, auch diesen Wandel zu gehen, auch raus aus dieser Neonazi-Szene zu gehen, denn ich kann heute sagen, ich bin heute glücklicher denn je zuvor in meinem Leben 2.0 und deswegen versuche ich die eher zu motivieren und deren Beleidigungen die prallen an mir völlig ab. Jetzt macht er mir auch wieder einen sympathischen Eindruck, jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl. Man wird aggressiv, wenn man etwas gemacht hat, so wie er früher gedacht hat und und und, wisst ihr? Bist du bedroht? Ich werde immer wieder mal bedroht, das kommt aber zu 100% aus dem Internet, das gehört aber auch mit dazu, als ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und wenn ich bei YouTube arbeite, dann weiß ich, dass wenn ich dort Storys erzähle aus dieser verschlossenen Welt, wie das abläuft im Bereich des Rechtsextremismus, dann muss ich damit rechnen auch, dass sich die sogenannten Kameraden oder alte Weggefährten melden und dann einfach auch mich bedrohen, das gehört mit dazu, aber auch damit kann ich ganz gut leben. Ravani BLN fragt sich, wurdest du vom Verfassungsschutz beobachtet? Ich wurde von mehreren Behörden beobachtet, natürlich vom Verfassungsschutz, vom Landeskriminalamt, vom Staatsschutz und das ist auch wichtig, dass Menschen wie ich, die damals so gedacht haben und dieses Land abschaffen wollen, die Freiheit abschaffen wollen, die Demokratie abschaffen wollen, dass die beobachtet werden. Ich habe auch dementsprechend Druck bekommen und das hat auch dazu geführt, dass ich auch teilweise zermürbt wurde. M fragt sich, vermisst du etwas aus der Zeit als Neonazi? Nein, mir fehlt absolut gar nichts, Punkt. Kann man mit Nazis reden? Man darf sich nicht auf das Niveau herabziehen lassen, aber wir dürfen auch nicht dicht machen, denn das wollen ja Extremisten, dass sich Fronten bilden und wir müssen immer wieder bereit sein, wenn ein Extremist auch auf uns zukommt, den versuchen auch aus diesem Milieu rauszuholen und das geht nur mit Reden und mit Handreichen, aber man kann auch ganz klar eine Linie ziehen und sagen, über die nicht und jetzt möchte ich nicht mehr reden und jetzt ist die Diskussion auch zu Ende, aber grundsätzlich es reden immer richtig. Sind alle Nazis dumm? Von dem Klischee muss man sich ein bisschen lösen, sondern heute gibt es sehr, sehr viele kluge Köpfe und die muss man auch beobachten und muss sich damit beschäftigen, um die auch zu entlarven und deren Theorien aufzulösen. Faser fragt, hast du als Neonazi Döner gegessen? Nein, Döner wäre ein absolutes No-Go gewesen, also das machen einige heimlich und ich habe es dann auch erst nach meiner Zeit des Rechtsextremismus dann wieder genossen und bin heute ich sage mal ein kleiner Fan. Erhan Gündogan Guck mal, sein Lachrauch dabei. Geil, Alter. Guck mal, so wie er ist dabei grinsen, bollst du so. Genossen und bin heute ich sage mal ein kleiner Fan. Da schmeckt ihm die türkische Kultur so auf. Kleiner Fan. Erhan Gündogan interessiert, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du dem Philipp von früher sagen? Ich würde ihm sagen, teile dich mit, such dir jemanden, vielleicht wenn du mit deinen Eltern gerade Beef hast, Philipp, wende dich an deine Tante, an deinen Onkel, dass du gerade traurig bist, dass du depressiv bist, dass du auch Freunde möchtest, so unglücklich warst mit der Auswanderung, mit der Zurückwanderung. Sag es einfach und fress es nicht in dich hinein, hol dir Hilfe, Philipp. Gini fragt, welchen Rat hast du an Neonazis, die aussteigen möchten, sich aber nicht trauen? Ein Ausstieg ist ohne Probleme möglich. Die Gruppen arbeiten immer damit, dass sie sagen, es ist nicht möglich und dass sie Angstarbeit machen, dass sie bedrohen und sagen, wenn du aussteigst und dich veränderst, dann jagen wir dich und dann kriegen wir dich. Aber die Realität zeigt, dass es nicht so oft passiert ist. Es gibt viel Negatives, das man kurz nach dem Ausstieg erlebt. Man muss wegziehen, man muss neue Freunde kriegen und so weiter. Aber ich kann es euch garantieren, es gibt nach dem Rechtsextremismus, nach dem Neonazi-Dasein ein glückliches Leben. Viele, viele Menschen da draußen werden euch wieder eine Chance geben und ihr werdet wieder einen Teil dieser glücklichen, demokratischen Gemeinschaft und da könnt ihr eurem Leben einen neuen Drive geben und ihr werdet es nicht bereuen. Einfach raus, aber ihr müsst leider wegziehen von dem Ort, wo ihr aktiv seid. Das gehört leider mit dazu. Finde ich aber sehr, sehr gut und schön, dass denn, so wie Philipp hier zum Beispiel, das Ganze nach außen trägt, auch aufklären will und wiederum auch helfen will. Finde ich sehr, sehr gut. Philipp, starkes Interview. Wirklich.